In Deutschland wird ein Endlager für hochradioaktive Abfälle gesucht. Die Suche nach dem am besten geeigneten Standort läuft nach festen Regeln ab. Diese stehen im Standortauswahlgesetz. Ausgangspunkt ist eine weiße Landkarte. Das heißt, kein Standort wird von vornherein ausgeschlossen oder bevorzugt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung ermittelt geeignete Standortregionen. Ungeeignete Gebiete werden ausgeschlossen. Zum Beispiel, weil es dort Erdbeben oder Vulkanismus geben kann. Hierzu müssen Vorhersagen für teilweise bis zu eine Million Jahre getroffen werden. Möglicherweise geeignete Regionen werden über Tage erkundet. Mit Bohrungen und seismischen Messungen wird ermittelt, ob der Untergrund für ein Endlager geeignet sein kann. Anschließend werden ausgewählte Standorte auch unter Tage erkundet, um die notwendigen Erkenntnisse über den Standort zu gewinnen. Ein unabhängiges nationales Begleitgremium begleitet das Verfahren. An allen Entscheidungen wird die Öffentlichkeit beteiligt. Nach jedem Schritt werden die Ergebnisse vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung geprüft. Anschließend entscheidet der Bundesgesetzgeber darüber, welche Standorte weiter erkundet werden. Er entscheidet am Ende auch, wo das Endlager errichtet werden soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017